Ein Video auf TikTok verwirrt die Fans. Schlagerstar Jürgen Dreefs ist ohne seine Falten kaum wiederzuerkennen. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Der lässige Mann schaut aus wie Jürgen Dreefs, 78, nur mindestens 20 Jahre jünger. Sehen wir also einen Doppelgänger der Schlager-Ikone? Nein, er ist es höchstpersönlich, nur plötzlich ohne Falten. Was steckt dahinter? Jürgen Dreefs. War er beim Beauty-Doc? Seine äußerliche Verwandlung zeigte der Star auf der Internetplattform TikTok in einem Video seiner Tochter Jolina, 28. Diese reagierte prompt auf die Kommentare zahlreicher Fans, die sich über die magische Verjüngungskur wunderten. Statt eines Besuchs beim Schönheitschirurgen seien technische Tricks der Grund für den Faltenschwund. Ich habe vergessen, den Filter auszuschalten, so die Tochter der Musiklegende. Da keiner glaubt, dass mein Papa und ich das wirklich sind, zeige ich euch ein ungefiltertes Bild von meinem Papa. Das war im September, erklärt die Jolina in einem weiteren Video, in dem sie ein aktuelles Bild von ihrem Vater einfügt. In dem Beweisfoto sieht der König von Mallorca aus, wie man ihn kennt. Da seht ihr alle Falten, nur damit ihr wieder beruhigt seid, amüsiert sich die Schlagersängerin. Also war alles nur eine Panne, ein Versehen? Oder hadert Jürgen Dreefs womöglich doch damit, dass auch er sich dem Älterwerden stellen muss? Dabei steht außer Frage. Er hat sich großartig gehalten. Die Runzeln im Gesicht geben ihm nur noch mehr Charakter. Jürgen Dreefs ist und bleibt ein richtig attraktiver Mann, ganz ohne Mogelein. Ich krieg euch mal ein wenig, ganz ohne Mogelein.